Herzlich willkommen zum Dog Talk des Tages, heute mit Teil 3 zum Thema Hunde aus dem Tierschutz. Ich möchte mich heute mal ein wenig damit beschäftigen, wie diese Hunde eigentlich, wenn es denn Straßenhunde sind, leben, wie so deren Alltag aussieht, um hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich werde hier von meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen und Beobachtungen aus Südostasien berichten, wenngleich diese Erkenntnisse meines Wissensstandes nach auch anwendbar sind, auf die Hunde, die aus dem europäischen Ausland kommen, sofern diese Hunde schon seit mehreren Generationen auf der Straße leben. Soll heißen, es gibt hier Unterschiede in der Lebensweise. Die Hunde, die in Osteuropa auf der Straße leben, tun dies in der Regel schon seit mehreren Generationen. Die Hunde aus Westeuropa, Südwesteuropa sind in der Regel tatsächlich Hunde, die in ihrer eigenen Biografie relativ lange im menschlichen Hausstand gelebt haben und dann ausgesetzt worden sind. Das sind also seltene Hunde, die schon seit mehreren Generationen auf der Straße leben. Und das hat einen Einfluss auf die Selbstständigkeit und auf die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Also hier muss bitte differenziert werden. Also das, was ich jetzt nachfolgend erzähle, trifft mehr auf die Hunde aus Osteuropa zu. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Also das kann man nicht verallgemeinern. Ich berichte euch jetzt einfach das, was ich in Südostasien gesehen habe, weil die Hunde, die ich dort beobachtet habe, sind Straßenhunde, die schon seit mehreren Generationen auf der Straße leben, wenn nicht schon seit immer, was auch immer, immer bedeutet an dieser Stelle. Also wie leben diese Hunde nun? Auf den ersten Blick ist das ein Leben, was wir nicht so toll finden nach unseren Maßstäben. Andererseits muss man sich eben auch fragen, wie die Menschen in diesen Ländern leben und ob wir berechtigt sind, unsere Maßstäbe hier anzusetzen. Und natürlich hat man dort ein anderes Verständnis von Umweltschutz und von Müll oder Müllentsorgung. Ich will hier nicht darüber diskutieren, wie viel Müll davon von uns stammt und dahin exportiert worden ist. Auch das habe ich gesehen. Genau, aber die Hunde finden eben diese Umgebung vor und leben in dieser Umgebung und leben auch mit dieser Umgebung. Dafür muss man sich eben klar machen, dass das für diese Hunde, wenn die denn da reingeboren werden, was ja in der Regel der Fall ist, ist das in der Regel auch kein Problem. Also natürlich haben die auch Krankheiten und es ist auch nicht toll, irgendwie im Müll rumzuwühlen und Müll zu fressen. Aber erst mal kann man davon ausgehen, dass ein Hund, der schon seit mehreren Generationen auf der Straße lebt, auch bestmöglich angepasst an diese Verhältnisse geboren wird. Also die Mutter gibt praktisch mit ihren Genen und mit all ihrer Ausstattung an die Welpen das weiter, was die Welpen brauchen, um in dieser Umgebung bestmöglich angepasst zurecht zu kommen. Das nennt man eigentlich Evolution, also die Anpassungsprozesse über die Zeit hinweg, um in einer Umwelt bestehen zu können. Und der Hund ist damit sehr erfolgreich, denn die Verbreitung des Hundes weltweit ist sehr viel höher, auch in Anzahlen und auch in den Regionen, in denen der Hund zu finden ist, als es zum Beispiel beim Wolf der Fall ist. Das heißt also, der Hund hat erstmal kein Problem damit, auch den Müll zu durchstöbern. Und es hat sich offensichtlich auch herauskristallisiert, dass dieses Fressen von den Hinterlassenschaften vom Menschen etwas ist, was auch für den Hund erstmal unmittelbar ungefährlicher ist, weil Müll im Prinzip ja wahrscheinlich langfristig krank macht, weil es eben keine adäquate Ernährung für den Hund ist. Aber es ist in der Sekunde, wo der Hund Nahrungserwerb betreibt, ungefährlicher, weil es sich eben nicht wehrt, weil die Menschen auch froh sind, wenn der Hund den Müll wegfrisst, weil das sind organische Abfälle häufig oder zumindest das, was er frisst, sind organische Abfälle. Dadurch hat er eben auch eine bestimmte Bedeutung für die Hygiene für die Menschen dort. Und die Menschen stehen nicht in Konkurrenz mit dem Hund, beziehungsweise umgekehrt, wenn es um Haustiere wie zum Beispiel Hühner und Enten und Ziegen und so weiter geht, die in diesen Ländern auch frei auf der Straße rumlaufen. Das heißt, der Mensch duldet das, findet das auch gut, dass der Hund den Müll frisst. Und für den Hund ist es auch eine Win-Win-Situation, weil er praktisch nicht vertrieben wird von Menschen und auch nicht in Gefahr gerät, wenn er jetzt zum Beispiel auf wehrhaftes Wild geht. Gleichzeitig hat es aber natürlich auch Einfluss auf die Gruppenbildung, weil eine Gruppenbildung an dieser Stelle nicht mehr die große Bedeutung für den Nahrungserwerb hat. Trotzdem ist die Gruppe im Sozialverband sehr wichtig für den Hund, wie wir hier sehen. Hier haben wir eine Familie. Also ein Familienverband ist im Sozialkontakt existenziell für einen Hund. Und auch da müssen wir uns eben Gedanken machen, wenn wir solche Hunde aus ihrer Gruppe herausreißen, dann hat das eine Bedeutung für den einzelnen Hund, der dort rausgerissen wird, genauso wie für die Gruppe. Weil dann das ganze soziale Gefüge im Prinzip aus den Fugen gerät, ins Ungleichgewicht gerät und keiner wird wirklich glücklich letztendlich. An dieser Stelle müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was führt eigentlich dazu, dass diese Hunde letztendlich dann zu Tode kommen. Und an dieser Stelle ist es eben auch wichtig, wenn wir über Hilfe für solche Hunde nachdenken, sich eben klarzumachen, dass die Haupttodesursache von diesen Straßenhunden der Straßenverkehr ist. Also die meisten der Hunde sterben nicht an irgendwelchen Krankheiten oder durch Entnahmen, dass sie durch Entnahmen verschwinden, sondern werden eben tatsächlich von Autos totgefahren. Das ist sicherlich etwas, woran wir jetzt direkt nicht etwas ändern können und helfen können. Wo man aber eben sehr gut helfen könnte vor Ort ist eben, dass man verunfallte Hunde praktisch gesund pflegt oder denen eben hilft, weil das ethisch wirklich eine Frage ist, ob das sein muss, dass so ein Hund mit gebrochenem Bein dann irgendwie verhungert oder elendig verreckt oder gar tot gebissen wird von Artgenossen. Also das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt der möglichen Hilfe vor Ort, verunfallte Tiere gesund zu pflegen. Andererseits muss man auch ganz klar konstatieren, es ist auch ein Stück weit ein Prozess der natürlichen Auslese, dass eben bei Wildtieren bestimmte Tiere oder einzelne Individuen eben durch bestimmte Situationen auch zu Tode kommen. Das ist bei uns ja nicht anders, also wenn Wild überfahren wird und so weiter. Nichtsdestotrotz finde ich es selber natürlich auch nicht schön und würde da auch an der Stelle natürlich gerne unterstützen und tue das auch an anderer Stelle. Also Hilfe vor Ort ist hier etwas, worüber man nachdenken kann. Man kann auch überlegen, den Hunden vor Ort zu helfen durch eine Milbenprophylaxe und Wurmbefall, also nicht helfen durch Wurmbefall, sondern durch Wurmkuren, um den Wurmbefall einzudämmen, also Endo- und Ektoparasiten zu bekämpfen. Andererseits sind das eben auch Maßnahmen, die zum Teil sehr schwer durchführbar sind. Und auch hier haben wir eben Situationen, die das Leben lästig werden lassen oder ja, die lästig für ein nettes Leben sind, aber die nicht unbedingt tödlich sind. Also Räuden und Wurmbefall oder Flohbefall ist nichts oder auch Zeckenbefall ist nichts, was den Hund umbringt. Es sei denn, sein Immunsystem ist so geschwächt, dass er das nicht überstehen kann. Wir haben auch eine erhöhte Welpensterblichkeit natürlich bei diesen Hunden, die in Prozent ähnlich ist wie denen der normalen Wildtiere, die wir also in der freien Wildbahn sozusagen antreffen. Und auch das ist wahrscheinlich ein Mechanismus des normalen Gleichgewichtes. Also wenn man etwas tun will, muss man sich eben sehr genau überlegen, was die Konsequenzen von diesem Handeln sind. Und wenn ich Hunde entnehme und woanders hinbringe, dann ist erstmal die Situation, dass die nicht angepasst sind an die neue Situation. Also sie werden bestmöglich angepasst in die Situation, die sie vor Ort vorfinden, hineingeboren, haben praktisch das beste Werkzeug, die beste Ausstattung dafür, dort zu überleben. Wenn sie denn dann sterben, waren sie eben nicht gut genug angepasst für das Leben dort. Was man aber dann tut, wenn man sie entnimmt, ist, einen zusätzlichen großen Stressfaktor reinsetzen, indem man eben den Sozialverband zerstört, in dem die Hunde gelebt haben, indem man die gesamte Umgebung verändert, indem man das gesamte Handling verändert, den Hund zwingt, in der Nähe des Menschen zu bleiben, ihn also daran hindert, eigene Entscheidungen zu treffen. Also all das, was er in seinem Herkunftsursprungsland machen konnte und gemacht hat, wofür er praktisch auch optimal ausgebildet ist, das verhindere ich jetzt in dem neuen Land. Und er kann sich nicht mehr so verhalten, wie er es eigentlich kennt und wie er es gelernt hat. Muss jetzt umlernen. Das sind Anpassungsprozesse, die notwendig sind, die nur auf der Verhaltensebene stattfinden können. Und das stellt manchen Hund wirklich vor so große Herausforderungen, dass er überfordert ist damit und dann hier richtig krank wird oder hier aggressives Verhalten zeigt oder den Menschen eben vor Probleme stellt, mit denen der Mensch dann so nicht gerechnet hat. Also wir müssen uns das sehr genau überlegen. Zum einen, warum will ich das überhaupt machen? Und was tue ich letztendlich dem Hund damit an? Und ist das etwas, wofür er dann dankbar sein kann am Ende? Wobei man da auch diskutieren muss, wie zeigt sich denn Dankbarkeit bei einem Hund? Und ist dann das, was ich gerne machen möchte, wo ich eine Unterstützung bringen möchte, ist das denn auch zielführend? Und kommt es da an, wo ich das gerne hätte? Dass man praktisch nicht seine ganze Mühe investiert und am Ende dann enttäuscht ist und beide Seiten eigentlich keine Win-Win-Situation erleben. Von daher gesehen mein Appell an euch, überlegt euch das sehr genau. Wo kommt der Hund her? Was steckt dahinter? Und was verändert die Situation der Entnahme für diesen einzelnen Hund, für die Gruppe, für sein soziales Umfeld? Und was braucht dann der Hund, wenn er hier in Deutschland ist? Und gibt es nicht vielleicht Alternativen vor Ort, Organisationen zu unterstützen, die praktisch sich um verunfallte Hunde zum Beispiel kümmern, die Kastrationsaktionen machen, die Entwurmungsaktionen machen, die zum Beispiel auch Tollwutimpfungen durchführen und so weiter. Das war der Dog Talk des Tages. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Mal und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr es gerne liken, wie immer auch teilen, ihr dürft auch diskutieren. Und wenn ihr weitere Dog Talks hören wollt, stellt mir eine Freundschaftsanfrage oder abonniert mich auf YouTube. Der Kanal heißt Dog Talk. Bis dahin. Tschüss.